Das 400. Spiel gewonnen, ein besonderes Gefühl für dich? Ja, ich meine, es ist immer schön zu wissen, dass man schon so lange in Wien spielen kann und ich hoffe auf jeden Fall, dass es noch viele mehr werden. Der Trainer hat heute gesprochen, es war ein Sieg des Herzens, des Einsatzwillens, der Leidenschaft der Mannschaft. Siehst du es genauso? Ja, auf jeden Fall. Wir waren alle mit vollem Herzen dabei und das spielt immer eine große Rolle natürlich und ja, hat uns zum Sieg geholfen. Vielen Morgen geht es weiter, immenses Programm, die Salzburger Bullen und dein Bruder kommen. Was erwartest du von dem Spiel? Ja, es wird wieder eine harte Partie, logisch. Salzburg ist auch eine gute Mannschaft und wir werden das Gleiche machen wie heute. Gut spielen und gewinnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.